Und damit begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Destiny. Ich musste gerade hier so ein bisschen das Kabel wegnehmen. Und wir machen uns jetzt wieder auf den Weg ins Orbit. Wir waren ja vorhin in der letzten Folge am Turm. Wir haben dort ziemlich viel Action gehabt mit den Kabalen und allem. Ich habe mich noch ein bisschen versucht, mich auszurüsten, vielleicht neue Waffen zu finden oder so. Es gab in diesem Sinne nichts Neues. Das ist eigentlich mal so zu diesem Thema. So, ja, also wir sind eigentlich immer noch gleich. Wir haben eigentlich nur noch eine verbesserte Scout-Waffe. Wir haben einen neuen Sparrow-Link, aber unser, den wir jetzt haben, ist deutlich besser. Wir haben hier noch so ein Abzeichen. Unser Schiff lassen wir auch. Und wir sollten eigentlich auf dem Mars segeln, also reisen besser gesagt. So, und zwar haben wir nämlich zwei neue Missionen. Wir haben einerseits die Säule des Gartens. Übernimm die Kontrolle über die Säule des Schwarzen Gartens, die sich hinter der Mauer der Kabale-Kriegsbasis befindet. Und er weckt das Auge des Torlords. Oder, was wir auch noch haben, um uns ein bisschen zu erhöhen. Oh, wir können das gar nicht machen. Patrouille Mars. Wir sind, was sind wir? Wir sind Level 15. Richtig. Ja. Dann müssten wir das probieren. Das geht ja gar nicht anders. Kämpfe dich durch die Waldwanderdünen und hilft der Stadt bei ihren Erkundungsbemühungen. Mhm. Relikt, Eisen und Vorhutruf. Brauchen wir nicht. Wir müssen eigentlich... Ach ne, wir müssen ja das machen. Das haben wir ja schon gemacht. Ja, wir müssen das machen. Anders geht's doch gar nicht. Also, dann starten wir diese Mission mit Level 16. Wir sind gerade mal Level 15. Also, ob das so gut kommt, wird schwierig. Ich hab mal ein bisschen das Mikrofon ein bisschen runtergedreht. Ich glaub, man... Okay. Ich weiß, wie wir das Auge des Torlords aufladen können. Die Kabale haben in ihrer Kriegsbasis eine Wegsäule, die mit dem Tor zum Schwarzen Garten verbunden ist. Mit dieser Säule könnten wir das Auge aufladen. Allerdings sind die Kabale dort am stärksten. Also bist du hoffentlich bereit für einen Krieg. Ja, also ich bin schon bereit für einen Krieg. Wenn dann so 100.000 Kabale auf einen Zug kommt, das schaffen wir. Da wären wir. Kämpfen wir uns in die Kriegsbasis. Oh, fangen wir jetzt hier hinten an, oder wie? Na, voilà. Und los! Juhu! Zack! Okay, wo müssen wir hin? Wir müssen hier weiter gerade, he? Oh, müssen wir uns in die Kriegsbasis kämpfen? Ich glaub's nicht. Ach, du Scheiße. Ah, das wird noch mal Spaß jetzt, das seh ich. Oh, weißt du, siehst das Geschütz am Arsch. Oh, da ist ein Relikt-Eisen, cool. Das nehme ich mit, komm. Danke. Sag mal, hockt der da oben? Ghost-Fro. Geil, der hockt da oben, das find ich da cool. Wo müssen wir hin? Wir müssen hier gerade, richtig. Wir sind jetzt hier gerade durch die Mauer gekommen. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich hier weiter gerade. Ach, du Scheiße. Jetzt geht's los. Ich muss die Säule finden. Gehen wir weiter. Ich scanne nach einem guten Übersichtspunkt. Die Säule finden. Aha, okay. Ach, das was du kannst, kann ich auch, mein Freund. Da ist einer. Ich hab dich doch schon lange gesehen, mein Freund. Au, au, au. Alter, was hast du jetzt gerade gemacht? Was ist das passiert? Was machen? Ja. Jetzt ist der auch noch rot. Ich glaub es nicht. Und tschüss, mein Freund. Oh, neue Stiefel. Ich will mal ganz kurz gucken, was diese neuen Stiefel... Ah. Was die neuen Stiefel bringen. Ich glaub es eher nicht, weil das sind normale. Oh, man, ich seh's. Alter, ich seh's. Komm, ich seh's. Komm. Fuck, ich seh's. Oh, ey, 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 ey. Oh, zwei Stück. Ey, 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 ey. Oh, zwei Stück. Die Stiefel ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn ich hier hinten langlaufe. Da bin ich durchaus noch ein bisschen geschützt. Komm, mein Dicker, komm, 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 komm. Komm, mein Dicker, komm, 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 komm. Nur, du brauchst nicht wiederholen, sprich. Ich krieg dich doch. Oh, das tut weh. Oh, alter, alter, alter. Scheiße. Das ist Psyon, alter. Biss aber auch so. Das ist wie immer, ganz ehrlich. Alter, von der Seite. Das ist... Du wolltest dich mit mir messen, oder was, hä? Ich glaube, es hackt jetzt bei dir, ey. Mich von hinten anschleichen. Das kann ich überhaupt nicht. Leid für euch. Oh, der andere macht da hinten auch noch mit, oder was? Na? Kleiner... Ich zermal mich jetzt ganz einfach. Na, komm, komm doch, ruhig. Missionär. Oh, ein Haufen Waschlappen seid ihr. Da unten sind auch noch ein paar Feinde. Das ist doch passiert. Das ist ja kein Munizio. Ich bin ja mal voller Wicht. Alter, ich muss mich grad derart konzentrieren. Aber wisst ihr, was cool wär, wenn man, äh, das hab ich doch schon mal gesagt, wenn man so wirklich so einen richtigen Krieg hätte, wo man... auf so ein Event zum Beispiel kommt, oder so ein Kampf wie Multiplayer kommt, wo dann einfach Warlocks und Krieger zusammenkämpfen im Prinzip, das wär' ne Hammer geil. Oder dass man dann so einen Haufen Kabale-Schiffe hat, die dann einen auch nicht zwar schon angreifen, aber nicht gleich direkt zerstören. Ich hab' einfach keine schwere Munition und den da hinten anfängt, ich guck mal. Hm, wir spring' mal runter. Haben wir hier irgendwas in der Nähe? Zweifel ist, hä? Was ist das da vorne? Güte. Nicht, 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 nicht. Einglücken wir, hä? Nein! Nein! Ich hab' bald keine Munition! Oh, wie soll ich jetzt zu dem hochkommen? Oh, alter! Hier hoch, hier hoch, hier hoch, hier hoch. osis? Das ist es, wir ich, wir müssen uns verret amendeln. ECH- ihr lieblich ist lugнул, wor μέ was ich点richte? bisa geht's gut zu tun und folgieren. Ich bin natürlichrscht, ey! Oh, der andere nervt genauso. Komm! Scheiße, wenn man so am Kopf erwischt wird, gell? Und tschüss. Oh, alter. Oh, nee, verarscht mich doch nicht. Ich lobe jetzt hier rein. Mir reicht's. Ich hab keinen Bock mehr auf euch, alter Schwäne. Oh, ey. Welcher Beobachtungsturm? Hä? Der oder was? Wo bin ich jetzt hier überhaupt gelandet? Bin ich jetzt hier wirklich in der Basis drin oder? Komm, 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 komm. Oh, tschüss. Den hab ich in Hellmeck gesprengt. Geil. Was machen die drei da hinten? Gut, das muss mich jetzt nicht interessieren. Wir müssen da hin. Ah, wir müssen da hin. Hier ist ein Beobacht. Ah, okay. Das ist natürlich gut. Ich muss da hin. Ich muss da hin. Da bin ich halt nicht überschauen, die doch nicht. Ich muss da hin. Ich muss da hin und beobachten. Ich muss da hin. danke für die energie von den englade und stark alter 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 ich glaube ihr hört wie ich die ganze zeit hier an der dritte knackse wir haben wir am controller ich hänge wieder fest das gibt es doch nicht also hat komponiert das ist so ein sauhund dahinten oh alter da ist ja noch ein ich gehe von der anderen seite das ist mir hier zu doof tricksteen bisschen aus irgendwie kann du sauhund aua das tut weh ja schweller mein Freund geh 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 kann ich nicht mehr hin lange aufhalten ich hab's sie ist hinter einer weiteren Verteidigungslinie wenn sie nicht schon wussten dass wir kommen wissen sie es jetzt lauf 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 ich hab ne wobei komm den müssen noch erledigen den müssen wir einfach erledigen es geht gar nicht anders oh cool da macht einer auch noch die Mission ist ja süß oh cool ich kann gar nicht winken naja gut mit der Falltaste so so ja genau so wollte ich es machen ich glaub der macht genau dasselbe wie ich alter Finne oh das ist ein Fahrzeug das ist ein Fahrzeug ist ja geil das nehme ich mir haha jetzt gehts los hehehe wuuu das ist geil der Abfänger ist Hammer geil wuuhu aber ich würd mal sagen Sie sind schon ziemlich weit jetzt Und wir haben jetzt schon 18 Minuten Hinter uns, ich würde einfach mal sagen Ja, nee, komm, wir machen noch weiter Ich würde eigentlich Pause machen, aber ich glaube, wir machen weiter Yeah, Alter, jetzt geht's ab, mein Freund Huhu Yeah Jetzt können wir aufräumen Yeah, Alter, jetzt geht's ab, Alter Ihr kriegt das mit uns zu tun Imperale Centurium Yeah, Alter Oh, da liegt noch Munizio, die Schambe Ja Hammergeil So Drauf springt, los geht's So, wo müssen wir hin? Wir müssen Ah, wir müssen sowieso hier weiter, okay Das heißt, wir hätten Sowieso hier lang müssen, okay So Zack Dann hier hoch Und hier weiter Aua, aua, aua Okay, hier geht's nicht mehr weiter Schade Eisenweg, Meridian Ich glaube, die haben uns rein gebeten Oh ja, ich frage mich wozu Und nach dieser, nach diesen Fühlt sich nach Falle an Wollte ich gerade sagen, es fühlt sich nach einer Falle an So wie das hier aussieht Und ich würde einfach mal sagen, wir machen mal Oder ich mach jetzt mal hier ein Folgenpause Und wir sehen uns dann jeweils wieder in der nächsten Folge wieder, Freunde Bis dahin, macht's gut Tschüss Äh, und ja Bevor ich natürlich noch Tschüss sage Äh, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen Und bis zur nächsten Folge Ciao